Was war denn das jetzt? Du oder so? Du. Let's go, Munchen! Let's go, Munchen! Oh, I do, yeah. That's not a shame. I'm... Noch können wir Vierter werden, noch können wir Achter werden, Neunter! Besten 17 kommen weiter, Leute! Gott, so viel Schlicht. Wollt du nicht mehr? Das ist das, was ich übernehmen wollte. Oh, 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 oh! Deshalb willst du eine Runde für Michi übernehmen? Oh, das ist. Oh, das ist. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh Mike! Geht's jetzt? Das war noch mal was ordentliches, oder? Geht's, Mike? So, wie gesagt, nur heute, ne? Nur heute ist es Schweinchen-Tag. Und, waren wir dabei? Das ist schon mal ein echt guter Start. Jo, Dreh an den drei Walzen. Setz mit X. Let's go, Mienchen! Let's go, Mienchen! Let's go, Mienchen! Alter, grade so... Grade so noch drauf gelandet, ey! Was blockt der mich? In Folge blockt die Sau! Nice! Teil uns den ersten Platz! Geht doch! Geht doch! Geht doch! Er hat ja denselben Gebot wie ich? Der D-Sync ist real, ey! Das ist real, ey! Das ist real, ey! Der D-Sync ist real, ja! Besten 50%?! Ne! Wir sind ja die besten 50%! Wir sind ja die besten 50%! given! jeweils geht, gray mit einem 찾아ll und bez林 auf so jetzt hast du auch mal ein bisschen was auf der hohen kante so was war das jetzt hier? zwei bananen oder was? drei bananen und zwei... keine ahnung was das sein soll drei zwei wer drückt dich runter? mit hühnchen? hühnchen, wa? vier drei oh, hühnchen ist weg hab ich runtergeschubst drei rote, eine gelbe, zwei grüne, drei rot, zwei grün, eine gelbe, drei rot, zwei grün, zwei grün, eine gelbe also das hühnchen habe ich runtergeschubst, ne? den sack was für ein arsch, ey ich weiß ja was dein grundwert ist, ne? dann finde ich es eigentlich noch viel lustiger was du verkackt hast schön zusammengefeitet danke, Mike halt mich halt mich wie kann er denn so eine richtung wie immer wechseln? was tat denn? wie auf einmal seine richtung gewechselt hat, so um 45 grad oder so oder um 90 der so irgendwie gegen zwei, drei leute geknallt und dann eigentlich so fast so 170, 160 grad wieder nach hinten geflogen, ne? der hat einfach durchrollen sollen ach, meinst du von dem gebläse? was kann natürlich sein, ne? aber der hat unten die leute getroffen da standen vier oder fünf leute auf einem fleck, hat ihn getroffen und dann hat er fast 180 grad wieder zurück obwohl er eigentlich durchrollen müsste durch die leute der hat der hat und dann dann und dann Das war's. Oh, der ist auch schon weg. Das habe ich nicht gesehen. Okay, der Zweite. Bist du den gerade auf den Kopf, also ist er dir gerade auf den Kopf gesprungen oder warum hast du den Zweiten nicht geschafft? Das sah gerade sehr komisch aus. Oh, hey, du schoßen wir fertig. Also ein Halten habe ich nicht gesehen, tatsächlich. 200%. So, okay. um und 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 Oh, oh, oh. Qualified. Oh, oh. 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 Hallo, wollen wir nochmal aufstehen? Habe ich da gerade ein Mienchen gesehen? Jetzt! Geschafft! Da habe ich wenigstens ein bisschen gut gemacht, ey. Nice! Viermal müssen wir uns qualifizieren, aber die Delio fertig. Ja, weil da ein Begrenzer drin ist, du darfst nur maximal eine Mille setzen. Du darfst nur eine Mille maximal in den Slot reinmachen. Selbst wenn du 3 Millionen eintippst, werden nur eine Mille von denen genommen. Also um 20% bei einer Mille sind 1,2 Mille. Also so ein 200.000, aber hier oben drauf gerechnet, fangen wir dann bei 1,2 Mille. Mann ey, kurz vorm Ende, willst du mich verarschen? Dann sag das doch ja. Ne, maximal eine Mille dürft ihr in den Slot reinhauen. Mehr ist nicht erlaubt. Aber ich muss ja auch damit, naja wegen diesen 32-Bit-Operatoren und sowas. Deswegen habe ich gesagt, okay, begrenzen wir das auf eine Mille. Dass wenn du 3 Schweinchen hast, wird ja mal 10.000% gerechnet und so. Weiße. Deswegen habe ich das auf eine Mille begrenzt. Wegen den Bit-Operators. Aber das ist zu technisch. Also im Prinzip ist das Maximum, was man glaube ich haben kann 3,1 Milliarden oder sowas. Abschweifen. Ah, ok. Abschweifen. Ah, ok. Geht's darum, wer es zum Schluss hat, oder? Loll. Jetzt habe ich alle echt entgegengesprungen. Ah, 40 Sekunden immer noch durchhalten. Ok. Nice, Millechen. Nice. 2, 2, 1, Alter, der hat ihn fast noch gekriegt auf der letzten Sekunde eh. 2, 3, 2, 1, Alter, der hat ihn fast noch gekriegt auf der letzten Sekunde. Oh, Krone. Das tut mir schon ein bisschen leid, Nessa, aber so ist es doch halt, ne? Blöcke in der Liebe, Pech im Spiel oder wie man sagt. Nicht jetzt. Oh, nicht geschafft. Oh, 3 von 4 erst. Okay. 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 Oh, zum Ende. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Lesser, ist heute nicht dein Tag? Hast du überhaupt schon mal ein Schweinchen gehabt? Ne, was? Die Sterne und diese Muttern, die sind tatsächlich die krassesten, die die so wegschubsen können. Die anderen Sachen gehen eigentlich. Die Sterne und die Sterne und die Sterne und die Sterne. Die Sterne und die Sterne und die Sterne und die Sterne. Und die Sterne und die Sterne, die Sterne und die Sterne schutzen Milch. Glück im Spiel, Pech in der Liebe, was? Ich bin der Liebe, was? Was ist das? Das geht nicht, was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das war's. War mal so frei. Oh, die ist nicht weg. Oh, das war's. 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 Really good. top 13 kommt weiter ok gut 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 Oh! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Sind gar nicht weitergekommen, oder? Oh, damn! Ähm, die kommt runter? Okay. Oh, ho, ho, ho! Oh, ho, ho! Oh, ho, ho, ho! Oh, ho, ho, ho! Okay. Let's go, Mingzhen! Nice! Wie lange müssen wir uns jetzt hier noch angucken mit den Noobs? Hauen wir weiter! Time's up! Hehehe, hat's geschafft! Nein? Probier's nochmal. Vielleicht bist du einfach nur zu spät losgesprungen. Äh zu früh. Der König ist weg! 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 Alter, achso ja. Am besten mal gleich 2 einfärben, ne? 3 Männchen in der Mitte laufen. 2 Männchen in der Mitte laufen. Der Gänsel öffnet noch. Knapp. Nur 10 Felder Unterschied. Oh Gott. Letzte Runde. Echt jetzt? Oh Gott. Oh oh! Okay. Okay. Oh Gott, du wirst es aber nicht schaffen, wenn er noch bei Gelb ist.